Hey Leute, ich bin's, MacPeperic. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch aus einer Feige einen Feigenbaum selber ziehen könnt. Im ersten Schritt schneidet ihr dazu die Feige hier in der Mitte durch und dann seht ihr hier auch schon die ganzen Kerne. Diese Kerne nehmt ihr jetzt mit dem Messer aus der Frucht raus, indem ihr einfach hier vorsichtig rüberstreift und das dann hier auf ein Küchenpapier gebt. Und dann seht ihr hier noch, dass ihr ein wenig Fruchtfleisch dran habt und da ist es jetzt wichtig die Kerne vom Fruchtfleisch zu trennen, damit hier keine Rückstände bleiben, weil das könnte dann hinterher zu Schimmel führen. So, ich habe mir jetzt hier zahlreiche Kerne rausgefiltert und der Frucht entnommen. Es ist jetzt nicht nötig, dass ihr die Kerne trocknen lasst. Ihr könnt diese gleich einpflanzen. Ich habe mir zum Anpflanzen hier schon mal ein Anzuchtgefäß vorbereitet. Das Gute ist auch, ich habe hier gleich einen Deckel, dass ich das verschließen kann, damit die Feuchtigkeit und die Wärme dann auch in dem Anzuchtgefäß enthalten bleibt. Ihr könnt aber auch einen Topf nehmen und dann eine Plastiktüte drüber spannen. Als Erde habe ich ganz normale Blumerde genommen. Die eignet sich dafür hervorragend. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mir hier diese Kerne nehme und die einfach auf die Erde hier lege. Ich bedecke das auch gar nicht, das sind Lichtkeimer. Und ja, ich mache ein bisschen Abstand und lege jetzt möglichst viele von diesen Kernen hier rein. So, ich habe nun alle Samen bzw. Kerne hier schön in dem Anzuchtgefäß verteilt. Anschließend muss ich das Ganze jetzt noch gut wässern. Damit die Samen dann nicht weggespült werden, bietet sich so lange hier ein Sprühgefäß an, bis die Pflanzen verwurzelt sind. Und ja, damit gieße ich das und halte das erstmal schön feucht. So, nun kommt der Deckel drauf. Zum Keimen gebe ich das Gefäß jetzt auf die Heizung. Ihr braucht auch genügend Licht dafür, deshalb macht das am besten an einem Südfenster. Wichtig ist, dass die Sonne nur nicht direkt auf den Behälter strahlt, weil sonst verbrennen die Pflanzen. Fangt nicht erst im Herbst damit an oder im Winter, denn da habt ihr nicht genug Sonnenlicht. Macht es im Spätwinter bzw. im Frühjahr. Und dann sollten nach zwei bis vier Wochen die ersten Keimlinge gekeimt sein. Nach drei Wochen sind jetzt hier die ersten Pflanzen gekeimt. Man kann das ganz gut erkennen. Jetzt ist es auch an der Zeit, wo ich die Pflanzen so ein bisschen an das Raumklima gewöhne. Deshalb lege ich den Deckel jetzt nur noch so leicht drauf. Das Anzuchtgefäß stelle ich jetzt auch nicht mehr direkt auf die Heizung. Ich stelle das jetzt auf die Fensterbank, am besten bei einem Ostfenster, weil die Pflanzen ja wie gesagt nicht die direkte Sonneneinstrahlung mögen. Ihr seht das, die Heizung ist an. Also hier bekommen sie jetzt genug Licht und Wärme. So, es sind nochmal drei Wochen Entwicklung vorbei. Man kann denke ich ganz gut sehen, dass die Pflanzen sich auch weiterentwickelt haben. Und ihr seht jetzt, dass ich das Anzuchtgefäß geöffnet habe. Jetzt ist nämlich die Zeit gekommen bei dieser Größe, wo ich die Pflanzen jetzt ja der freien Luft aussetze, damit sie sich ein wenig an unser Klima anpassen. So, nach weiteren drei Wochen sind meine Feigen hier ein ganzes Stück gewachsen. Auch die Wurzel ist jetzt ja stark genug ausgereift, dass ich jetzt die einzelnen Pflanzen entnehmen kann und in ein größeres Gefäß umtopfen kann. Dazu lockere ich das hier erstmal schön auf. Und ja, dann kann ich die Pflanzen jetzt hier, seht ihr das schon, ganz vorsichtig entnehmen. Und sie dann umpflanzen. So, dafür lockere ich hier die Erde ein wenig auf. Und dann kommt hier die Pflanze vorsichtig rein. Ich habe die alle voneinander getrennt. Ich habe die Erde auch schon vorher angegossen, dass sie schön feucht ist. So. Und so werden jetzt auch die anderen Pflanzen aufgeteilt. Und dann können sie sich schön auch in der Größe weiterentwickeln. So, nach den Eisheiligen hatte ich jetzt meine Feigenpflanzen rausgestellt. Und ja, zumindest ist dieser eine hier aufgrund der Platzsituation jetzt sehr schön gewachsen. Einer ist mir leider eingegangen, aber ich habe hier noch ein bisschen Ersatz behalten. Und ja, wie gesagt, der hier ist schön gewachsen. Da muss ich jetzt noch so zwei, drei Jahre Geduld haben. Dann ist es auch möglich, dass dieser Baum Früchte trägt. Ja, da freue ich mich dann auch schon drauf, wenn es soweit ist, ich meine eigenen Feigen dann essen kann. Wie gesagt, im Sommer steht er jetzt draußen. Im Winter bzw. im Spätherbst geht er dann wieder rein. Ja, gerne stelle ich ihn jetzt auch in der vollen Sonne, wie ihr sehen könnt. Das verträgt die Pflanze nach einer Gewöhnungszeit. Ich hoffe, dass euch diese kleine Anleitung gefallen hat. Viel Spaß bei eurem eigenen Baum, den ihr euch zieht. In diesem Sinne, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann. Euer Meg. Hörberig.